....... Musik Schickersalat Gegrillt das Gemüse Sag mich nur, Aufgaben. Achso, bin ich mit Remy über das Restaurant. Ja, okay. So, von wem habe ich jetzt hier die Sachen hergestellt? Cracker. Jenny. Gegrilltes Gemüse. Für ihn und Merlin. Ich habe etwas für dich. Gegrilltes Gemüse. Auf Wiedersehen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Ja, ne? So, kann ich jetzt eigentlich? Ne. Noch geht's nicht. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe was für dich. Für Cracker. Ja. Wow, Natasche. Okay. 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 So, dann versuchen wir das mal herzustellen. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Ja, wiederholt es dich. Okay, Faser. Oh, nein. Oh Gott, ich bin einfach rausgetaucht. Und Fasern. Ich brauche Erde. Woher bekam man denn noch mal? Erde. Hauptplatz, friedliche Wiese. Bei der Tapferkeit. Ja. Ich brauche, ich habe nicht noch mal Erde bekommen. Okay. Durchs wahllos Aufbuddeln. Oh mein Gott, das war falsch. readings. Ja. practice. is Ja. Hier ist das zu sehr. ist sein soll. Das stimmt. Ich kann das nicht noch mal helfen. Oh, danke. Das stimmt. Aber es kann das. ich habe einen drei brauche ich also mehr erde mehr fasern es 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 Sohn. Da kommen dann zum Beispiel halt Sachen mit rein. Ja, das ist so schön. Amen. Okay. Ähm. Erst einmal Zuckerrohr. Wofür brauche ich denn... Ist das etwa... Warte mal. Achso. Gut. Vielen Dank. So, jetzt will ich ja mal was ausprobieren. Ob das nämlich dafür passt. Was steht für beide dran? Ding. Mal gucken. Hm. Weiß halt nicht, ob... Kann eine Reihenfolge sein muss oder so? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab vergessen, Elgen zu sammeln. Egal. Mach gleich auf dem anderen Ding. Gut, ich könnte hier auch, aber... Beben. Hier möchte ich einmal... Tomaten reinhaben. Ich weiß nicht, ob das gerade intelligent war. Wahrscheinlich nicht. garbage was. Just so. First section. ... Okay. wird schon wieder müde das einzige was etwas anstrengend ist aber wenn man genug ist dann passt das ich habe hier gerade alles rein was geht ich weiß es nicht wie kriege ich diese dinge da weg das ist das einzige was ich ein bisschen doof finde dass ich das nicht wegkriege das nervt so ein bisschen naja ok algen ich habe jetzt hier überall diese ekelhaften löcher und ich kann es halt einfach nichts zu machen ich hoffe das geht dann irgendwann nein das ist keine alge das ist eine alge oder z-tank z-tank ist es ja nooo ich hasse mückenstiche nein das ist auch keiner wir brauchen algen ganz viele vergesst immer dass er seetang heißt nein fischi aber hey wenn das immer im wechsel kommt das wäre nice na sieht tatsächlich dann aus das ist aber wirklich eine hübsche nacht ja ne profi du und ich wir verbringen die nacht alleine unter dem sternhimmel beim angeln ist das nicht schön nein ah es regnet ich frag mich wo meine gummistiefel sind hä wo regnet es oh wie bist du bist du deppert wo regnet es denn naja der wird schon wissen wo es regnet wo 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 und das reicht hoffentlich und wo 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 Fasern. Ja, stehen. Fällt denn diesmal? Nein! Eine Alge fehlt's. Ach komm schon. Lecko mio. Ein Seetank. Machen wir gleich noch ein paar. Kann ja nicht schaden. Wie war das mit? Wir spielen Final Fantasy? Na ja, haben wir jetzt halt ein anderes Wuchtspiel. Passt. Komm schon. Dauerhaft Bananen essen ist so ungesund, aber hey! Egal. Nein! Verkackt! Was? Awww. Manu. Ach komm schon. Das ist jetzt Mobbing. Hä? Das ist jetzt Mobbing. Hä? Schön, dich zu sehen! Schön, dich zu sehen! Das ist aber wirklich eine hübsche Nacht! Ja, ne? Eine wirklich hübsche Nacht! Eine wirklich hübsche Nacht! Wie? Das stelle ich auch nochmal her. So. Damit haben wir auch ein Seil. Gehenstände abliefern. Wally! Bitte seid zuhause. Hier. Hier. Direktive. Ich suche immer noch nach dem Saatgut, den Erzweck und einen Spoiler. Oh. Was? Ach, mir fehlt das Saatgut jetzt. Äh, was war das denn nochmal für... Für Saatgut. Zuckerrohrsamen, Weizensamen. Hallo, Kumpel! Ähm. Weird. Verkaufen. 기로. Oh! snel. Oh! In cliquez 2017 Wir Tortodilty. Wiriefen um. Kannst du hin! Wir uncheck怖 ou! In ja. er kaufe fisch wie viel bin ich 2300 alles klar kaufen jetzt ruhig dich ok aber wir werden trotzdem gleich wechseln karte da spielen wir halt nur noch ein bisschen feine ganz ganz bisschen diesen auftrag abgeben und geben ein wally hast du alles was du für den garten für den garten brauchst wally wally kann es kaum erwarten zu sehen was du damit machst 500 gold wally kümmert sich jetzt um seinen eigenen garten schau auf dem garten verbau um die pflanzen zu ernten verbessern den garten seine kapazität und leistung zu verbessern wally willst du mir etwas zeigen los geht's lauf vor lauf vor kleiner wally ach den garten ist scheinlich sind das wir für aus komprimiertem müll ich schätze dass dort kann es auch noch sein hier lass mich helfen aufgaben ferne die komprimierten volumen geschafft hat ja ok das ist jetzt eine maschine versteckt wenn wir zu wally wo wo sind die noch so wütchen okay was müsste ich denn hier tausend auf wiedersehen und bis bald auf wiedersehen und bis bald auf wiedersehen und bis bald gibt es hier noch mehr komprimierten müll ne schauen wir nicht geben ich habe ein paar merkwürdige dinge müll gefunden sieh dir diese maschine an hier ist etwas geschrieben da steht 3 2 6 1 5 5 mich mich und an der stelle ist eine blaue blume mhm möchtest du es für deine sammlung haben mhm mhm ja ok gut dann gucken wir jetzt nochmal brauchst du etwas vom markt dann komm einfach zu mir ne grad brauche ich nicht zum markt äh der andere zum strand und mal gucken naja dann wirkt das dritte markt tor in der mystischen hölle zu entfernen letzte redet bleibt oft bleibt auf trab kochen und essen was man angebaut hat um ähm leider beutel uh die ist geil nur denn mit gemüse wahrscheinlich dann aus den dingern nur denn mit gemüse der dass da nur denn mit gemüse Perfekt. Noch eine letzte Sache. Du kannst gehen. Fang die Kugel, die unten liegt, ohne zu flehen. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Sie ist extrem einfach zu lernen. Und man kann komplizierte Ideen ganz schnell ausdrucken. Ich werde sie benutzen, um ein Tagebuch zu führen. Hm. Kugel der Macht. Was ist hier, die Kugel der Macht in der Säule? Oh mein Gott, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Nicht gedacht, sonst wäre so weit, wo du kommen. So, Ursula wäre frei. Wir kommen zurück, Hybrids. Danke für die 50 Bits. Na, Feierabend? Äh, wir kommen zurück, Fischlein. Wie ich sehe, hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Tja, eine Abmachung ist eine Abmachung. Ich feiere dich in ein kleines Geheimnis über das Vergessen ein. Alle reden über das Vergessen, als wäre es nur eine schlimme Sache, die passiert ist. Wie eine Algenblüte im Ozean. Aber das Vergessen ist viel mehr als ein flüchtiger Moment in der Geschichte unseres Dorfes. Das Vergessen wird von einem Wesen verursacht. Das Vergessen ist so echt wie du und ich. Das Vergessen ist immer noch hier und verflucht das Dorf. Lass mich jetzt schon für den Schild fallen. Ich bin da. No. Dann ruhe dich jetzt aus. Wie war denn dein Arbeitstag noch oder Abend? Äh... Es muss sehr mächtig sein. Oh, das ist es. Wünschst du dir nicht, wir könnten etwas von dieser Macht für uns selbst haben? Aber das können wir später besprechen. Wenn wir das Vergessen aufhalten wollen, musst du die Säulen reparieren. Wir sind das Einzige, was das Dorf von dem Flüchen das Vergessen schützen kann. Geh jetzt und erzähl es jedem, der es wissen muss. Aber sei vorsichtig. Man weiß nie, wer zuhört. Da hat aber jemand eine Glückssträde. Okay. Also, auf zu Merlin. Der ist wo? Da hinten. Oh, ich muss meine Blümchen hier noch gießen. Hallo, Merlin. Da bist du ja! Alteria, du hast die Kugel der Macht an ihrem rechtmäßigen Platz zurückgebracht. Gut gemacht. Äh, du hast farberhafte Dinge für dieses Dorf getan, meine Freundin. Allerdings ist jetzt wohl auch die Meerhekse frei. Das ist eine sehr, äh, eine eher unglückliche Folge davon, hm? Bin auch immer noch da. Nur selber und zocken. Ja. Spielst du auch, äh, Disney? Oder spielst du was anderes, Iron? Äh, ich lasse niemanden zurück. Ja, das stimmt. Wir müssen, äh, mit allen zusammen leben, um das Vergessen zu bekämpfen. Das stimmt. Dieser Scheißstuhl. Kein Bock mehr. Spiel auf, Disney. Ah. Sehr gut. Sehr vorsichtig, Herr Daria. Ursula würde alles tun, um mehr Macht zu bekommen. Äh. Ich bin sicher, dass sie die Stärke in dir sieht. Wer will sehen? Ich bin sicher, dass sie die Stärke in dir sieht. Hm, Aufgaben. Okay, ich muss das Dorf auf jeden Fall weiter dekorieren. Wo auch immer ich Lehm und Eisenbahn herkriege. Hier habe ich beides nur nicht. Wo kriege ich Lehm her? Einen Zen-Garten muss ich nur platzieren. Ja, Kufi. Hm. Ja, bitte. Hm. wird mir verdrücken und das klingelt der wecker viel spaß noch danke aber dann viel spaß morgen und gute nacht nein lauf nicht weg du kleines euchhörnchen so kann ich konnte dich doch vorher füttern geht das nicht mehr das graue eichhörnchen meinen sinn garten packe ich hierhin seht das für dingens als möbelstücke jetzt wird es heute eine zeit die umgebung zu verschönern würde denn sowas hier zählen also jetzt nur als tatsächlich richtige möbelstücke scheinbar was nicht gerade einfach wird ich werde sitzmöbel niggas tische betten muss ich mal gucken würde das zählen alles nachgucken oder warte mal die friedliche wiese wenn wir dekorieren das heißt nicht dass hier friedliche wiese beheben 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 Oh je. Hm, geströp. Oh. Oi. Mm-hmm. 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 Okay. Adlerfahren. Mm-hmm. 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 Das ist schon wieder abgestürzt. Nein. Also heute will mich das Spiel echt mobben. Komm schon. Mm-hmm. Oba, auf der anderen Seite? Das ist gar nicht verkehrt. So kommen wir endlich dazu das Spiel zu wechseln. Nach... Eineinhalb Stunden? Also... Ne? Okay, unser... unser Dörfchenwirt. Unser Dörfchenwirt. Okay. Dann... Dann machen wir uns das ganze Ding. Dann machen wir uns das ganze Ding. Ja, ja, danke schön. Willkommen rein? ... Untertitelung des ZDF, 2020